Wir haben hier von der Firma B&W einen Graufilter mit sechs Blendenstufen. Er ist made in Germany aus Schottglas und in der Messingfassung. Was kann man mehr zu einem solchen guten Stütz sagen, außer dass ich es einmal demonstriere, wie federleicht man ihn anbringen kann. Hierfür nehme ich ein Objektiv, 52 mm Fassung, schraube es leicht hinein, kein knarzen oder schweres Eindrehen und nehme es genauso wieder ab. Das ist der B&W Filter in 52 mm Fassung mit sechs Blendenstufen. Das ist der B&W I. Goodbye. Vielen Dank.